so und hier gibt es irgendwo noch ein zeichen was denn aventino mal kurz gucken ja das war hier bei pausen datenbank letzte einträge ja abendino na ok ich versuche mal zu gucken irgendwo bei den bei den hier mal rum jetzt bin ich hier mit den komischen torbögen da ist die müssen ja irgendwo hier sein ne? oh 3 tonne in der bank hier sind die torbögen mal gucken hier sind nix hier ist irgendwo hier na das ist noch ein doken Irgendwo muss es sein, ja? Gut, schon, jetzt bin ich das Rätsel. Die Spätselzlösung muss doch irgendwo sein. Meine Kinder. So. Der geht auch hoch. Nein. Der geht so hoch. So. Ja, ein bisschen mit meiner wunderbaren, mit meinem geilen Auge hier durch. Ich würde da oben gucken. Wir gehen doch langweilig. So, hier sind wir jetzt mal nur Peepers, ne? Ja, genau. Ich denke mir echt, das wird da oben irgendwo sein. Na, so war der. Ich versuche, der Fälle, ne? Was ist denn da? Typ. noch von oben da rein sieht so aus ne aber cool dass man das hört so jetzt möchte ich jetzt zu lernen ja wo nachher das mensch klasse 2 ziemlich gucken dass in die video hat nur den eigenen gewinn vor augen und wird dabei in wie in vielen anderen fällen von einer unsichtbaren hand zu einem ende geführt dass nichts in seiner absicht lag laden das ist doch schon ja die wisse kann ich so wie das macht alleine was muss ich machen okay pass auf fangen wir an das kleine ist richtig anscheinend mal erstmal jetzt so zusammen wie ich denke das muss ein schwarzes bild sein so genau das dreht das mit und das dreht nur sich selber okay alles klar wir nicht nur auf die hier konzentrieren weil der dreht nämlich das hier mit sowas manchmal das ende der kette von den balken die kette muss nämlich sowieso auf als alles aber falsch ist muss es sein so also und so dann muss ich über den hier ein wird da drin der macht beide der macht auch beide hat gepasst er wird das größte teil dieser güter dieser dieser objekte der begierde werden durch arbeit hergestellt und die kämpfe vielfältigt werden nicht nur in einem land allein sondern in vielen fast unbegrenzt wenn wir bereit sind die erforderliche arbeit zu investieren laden nur noch einmal so pass auf erst mal fangen wir mit dem an ich versuche mich ein bisschen ranzutasten der dreht nur sich selber das ist schon mal ganz cool dann bräuchte mich nur den so zu machen der dreht auch nur sich selber okay der dreht aber wiederum beide das ist halt so richtig ja wohl nee niemals das richtig sind doch die dächer ne aber industrie das dreht nur sich selber so ein großes reich wurde etabliert zu dem einzigen zweck eine nation von kunden heranzuzüchten es kann nicht schwer sein herauszufinden wer der erfüllende dieses ganzen konsumsystems fahren nicht die konsumenten sollte man meinen deren interesse völlig vernachlässigt wurden sondern die produzenten um deren interessen sich so umfassend gekümmert wird laden noch eins ok pass auf machen wir weiter speziell liefst ja recht gut das ist hier so ein einziges das ist so rum richtig das hier dreht auch nur sich allein ist auch okay das muss aber wiederum so rum das dreht wiederum beide und das hier dreht die beine okay pass auf dann drehen wir das dann mal richtig ne warte das muss so rum oder so das gleich mal gucken dann drehe ich das hier mal richtig das passt nämlich so zusammen und dann drehe ich das hier nämlich alleine und das hier muss ich alleine drehen so das hier ist auch richtig na die sind noch nicht weit genug gedreht gewesen müsst so und so dann ist der noch falsch so ja auch noch falsch der geht nämlich so so was wir an der Seite so ein Land das Anstrengungen unternimmt die Einwohnerzahl zu erhöhen dessen Lage gut ist und dessen Bewohner eine Begabung für den Handel besitzen stets für den Gewinner gehören so lange die Arbeit und der Pfleiß an den Bewohner gut verwaltet und sorgfältig gelenkt wird laden 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 oder 101010 kann man sich aussuchen die Arbeiterschaft vergrößert sich Bruder neben Bruder im Recht okay pass auf dann kommt der jetzt da hinten nein nicht da hier hier auch nicht okay aber wenn ich jetzt nicht bei einer Schacht spielen muss oder ich kann kein Schacht ich steck's auch nicht das ist bei mir nur typisch äh links dann ne Zufall wenn ich irgendwas richtig mache da ist der rote Punkt gibt's noch mehr davon noch mal einer da gibt's mehrere okay Quarantäne aufgehoben aah okay hier geschafft Film abschillen gut bringt noch nicht so viel aber ich weiß nicht ob du nach spuren von 16 suchst aber das letzte mal hat das adlerauge immer dabei geholfen die borde sind nicht mehr hier wir können ganz zur ruhe einfach runter dann kann ich mal gucken ob ich hier vielleicht mal und noch eine bessere rüstung kriege ein bisschen mehr gesundheit das wäre noch mal ganz geil das ist mir gerade etwas pittis für die ganze rüstungssache auch mehr geld alles was ich kaufe mehr geld am ende rüstung gibt es noch als waffen bringt mir wenig und ich kann auch noch keine was wir tun machen weil geht sowieso nicht nein ich hoffe was für sie und sonst gebäude gesellten liebe die bekommen geht nicht ich brauche jetzt noch eine fraktionstraupt hier ah ok nein also wir sind auf jeden fall auf dem weg zur nächsten quest oder wir gehen erst mal zum borde turm ach es gibt ja so viel zu machen ja ne ich komme jetzt schon als nächstes weg von romulus und ich höre es noch in sein verkürzt mann und jetzt auch schon zwei muss eben auch immer feiern dann aber bald nicht so schnell es ist so, dass ich in die Kampagne habe super das war jetzt dumm wir haben die gemacht und ich unabsichtlich ein bisschen zu machen die cool war auch nicht gewollt na wo sind denn hier gibt es schon doch irgendwann aussichtung von der potente und jedem auf eine bank keine bank eine ganze menge geholt renovierung oder kultisangebäude liebesgebäude kaserne ok wirtschaft ich bin überrascht euch zu sehen und was treibt euch vor meiner haustür wartet ich kenne die antwort so wie immer ihr wollt meine spione einsetzen dann helft mir um machiavelli zu helfen nein danke dieser mann verrät unseren orden ein ernster vorwurf und das von einem dieb habt ihr beweise er war botschafter am hof des papstes und ist als persönlicher gast von cesare gereist ich weiß auch dass er euch kurz vor dem angriff auf die villa verließ machiavelli mag nicht allen gefallen aber er ist assassine kein verräter mich überzeugt das nicht in diesem moment trifft er jemandem im traste wäre wollt ihr mich begleiten ich folge euch ok jetzt bin ich gespannt jetzt bin ich gespannt machiavelli zusammen mit la volpe blausen und la volpe überreden sich wieder der bruder schon anzuschließen jetzt bin ich ja immer gespannt la volpe adamantata das gasthaus la volpe adamantata aber bei den border wochen wegen der nächtlichen freigetränke äußerst beliebt und die meisten gäste müssen sich beim gehen sehr viel leichter gefühlt haben als bei ihrer ankommt wenn man die ungewöhnlichen vielen berichte über die bischen dort bedenkt ja passiert wenn man sich mit nichts einlegt na gut dann gehen wir mal der volpe treffen na typ du bist doch doofe ja jetzt komm her hier kriegte ich brauch dein geld warum komm 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 ich brauch genau das geld haben wo der jaspers was aber dass es mit gebürzen was nicht aus schauen wir hier ich habe mich mal so ganz nebenbei gemacht ich sehe nicht mehr da haben wir gerade nebenbei jetzt ja gut hat mich besser glaube ich oder hier also muskete wie nervig der bruder ist aber du würdest mich bestören ich würde gerne hoch gehen aber das geht nicht muss hier lang so machen wir hier unseren adler posten dann wird man während der quest nebenbei die bauter weiter dezimiert sehr schön und tschüss ja wie weit er springt gar nicht übertrieben so wo ist maquiavelli ja genau wo ist maquiavelli da na ist das schade gewesen jetzt gehe ich nicht mehr hoch ob wie das ist maquiavelli Ja. sehr gut und was haltet ihr davon was ist so der ist der ist ich bin ich bin ich ich bin ich habe ich habe jetzt ich bin ich bin ich ich bin ich bin ich bin ich bin ich ich habe Passate gut auf. Tut was ich tue. Anschließend. Tendlich, ich glaube, ich bin der Zahn. Wollen wir in die Wache, wenn wir durchkommen? Kannst du klettern? Kannst du klettern? Kannst du klettern? Wäre aus einfach gewesen. Wollen wir in die Wache Wollen wir in die Wache? Wollen wir in die Wache? Oh, mein Magen. Gut mir leid, ich sollte mich nicht belegen. Warte, hier, das ist eine Menschmenge. Na komm, Junge. Rominion, hat doch aufgeklappt. Ah, bekannter grad verringer einer. Amtspersonen töten? Das klingt gut. Gefällt mir. Oh, fände ich gut. Amtspersonen töten fände ich gut. Gibt es ein Grief? Jawoll. Ne? Meister, die Wieso? 50.000. Turin. Mehr nicht. Rumbug. 50.000 ist ja gar nichts. Könnte ich auch sparen. Alter kann mich noch nicht schlangen. Muss hier rüber. Na, das war natürlich sehr entfliegend. Was meint der? Findet ihr nicht. Let's go. Schimpansen. Perseid. Aber wie fehlt mir noch der Aussichtspunkt? Dann krieg ich da auch später. Die Pferde ja nicht nur da, die im Mikroner springen würden. Was ist denn so ein langsamer Setzer? Ja. Was war das für eine Nacht? Wolpe, hört mich an. Der Schein trügt. Ihr habt von Machiavelli nichts zu befürchten. Dessen bin ich sicher. Ich habe euch für Claudius Rettung zu danken. Wenn ihr sagt, Machiavelli sei unserem Orden treu. Glaube ich euch. Also, was ist mit den Dieben? Wir wollten dieses alte Gemäuer reparieren. Aber nun, da wir zusammenarbeiten, würde ich gerne wissen, was ihr denkt. Wir müssen vor allem die Borgia fernhalten. Vielleicht als Taverne getarnt. Ja. Hm. Das gefällt mir. Dann soll es so sein. Mit dem Architekten sprechen. Ja, genau. Soll ich nicht. Komm, gib ihm. Erfolg. Heimwerkerkönig. Nice. Und da ist ein Ort, ist wohl glaube ich oben, ne? Willkommen Ezio, im La Volpe Adormentata. Die Taverne ist perfekt. Niemand wird ihren wahren Zweck erraten. Von hier leiten wir die Gilde. Besucht mich wann immer ihr wollt. Vielleicht gibt es Aufträge zu erledigen, die unserer Sache in der Stadt dienen. Ich sehe, ihr Diebe liegt im Wettstreit. Ihr könnt teilnehmen, wenn ihr wollt. Vielleicht könnt ihr ihnen noch etwas beibringen. Oh ja, ich vergab. Wir haben auch Glücksspiele. Eine sehr gute Einkommensquelle. Denn wir sorgen dafür, dass die Borgia-Wachen immer verlieren. Eine Sache noch. Eure Spione müssen den Apfel finden. Er wurde mir entwendet. Wir suchen bereits die Stadt danach ab. Molto bene. Komm zur Isola Tiberina, wenn ihr ihn findet. Werde ich. Okay. Nächste Sache fertig. Mal klagen, gehen wir erstmal raus. Und dann können wir hier. Mal den Pump freischalten. Oder ist er frei oder nicht? Der ist frei. Okay. Gut. Dann können wir erstmal hier hochkommen. Kannst du den Wegpunkt wieder die ausbekommen können. Neue Erinnerung an Christina. Okay. Und dann. Danach ist vorher auch ein Ende bei mir hier. Gehen wir hier hochkommen. Gehen wir hier hoch. Auch nicht. Dann halt da rüber. Jetzt war gerade aber die Leiter neben, oder? Da frag ich mal nix für jetzt. Ich muss ja noch höher. Tausend Punkts der Wendern gar nicht oben. Oder? Ne. Doch nicht. Oh leu. So. 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 Wie. Und dann noch mal einen letzten. Daamt bei der Tiefe. Und damit. Bedankt mich heute fürs Zuschauen. War cool. Ich bin hier geschafft. Wieder einmal. Wir haben sogar viel zu früh. Eigentlich hätte ich noch lange Zeit gehabt, dass ich wieder hier ein bisschen spielen muss aber ich habe so ein problem mit mit warten und dementsprechend haben wir hier findet man konnte das thema noch ein auge ja dementsprechend fehlen uns einfach ein paar tage bis dann hier bis zu wirklich mit brotherhood dann losgeht die das jetzt auf youtube gesehen haben auch natürlich für eine versuchung ist logisch dann kommt da hoffentlich ich spreche zu die zukunft mal kommt ihr nicht zufolge